Ahoi Leute! Langsam und sicher nähern wir uns dem großen YouTube Projekt und da ich das natürlich nicht alleine planen kann, kommt jetzt Adrian zu mir bzw. er kommt heute am Bahnhof an und ich hole ihn ab. Und das ist der heutige Plan, dass wir uns erstmal treffen, er erstmal in Rostock ankommt, weil er war noch nicht hier. Ich zeige ihm erstmal alles schön und dann hoffe ich auf drei, vier kreative Tage, wo wir uns ein bisschen überlegen, wie das YouTube Projekt jetzt für uns beide am nächsten aussehen soll. Ihr seid dabei und jetzt geht es erstmal zum Bahnhof, würde ich sagen. Ja, komm! Der Start! Der Start! So, jetzt habe ich gerade Adrian zum Bahnhof gebracht. Der ist jetzt wieder auf dem Weg nach Merseburg, wo er jetzt noch ein paar Wochen bleibt, um seine Sachen zu packen und dann nach Australien zu fahren. Dann beginnt endlich unser Projekt. Wir haben in den letzten paar Tagen ein bisschen was geschafft. Wir haben den Kanal eröffnet. Der Kanal hat ein nah am Fernrohr. Und ja, wir dachten, wir machen jetzt mit diesem Video ein kleines Testvideo, einfach schon mal, um den Kanal mit ein bisschen Material zu bespielen, dass wir einfach auch ein bisschen Vorlauf haben, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert und auf was wir achten müssen und so weiter. Also, es ist jetzt eher ein nicht ganz so ernst gemeintes Video, aber auf jeden Fall ein Anfang. Und wir hoffen, dass ihr einfach damit auch ein bisschen Spaß habt. Wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Wir hoffen, dass es jetzt endlich bald losgeht. Am 10.10. ist es soweit. Da kommen die ersten Videos hochgeladen und dann werdet ihr auch ein bisschen mehr erfahren, was hier eigentlich passieren soll. Also, bis dann. Ahoi!